Es ist so kalt! Frohe Weihnachten! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem iTastyHike-Kanal! Es ist Weihnachten und wir haben einen Sturm! Einen richtigen Sturm! Schon die ganze Nacht und es flog hier alles durch die Gegend. Ich bin gespannt, wie es sich heute entwickelt. Laut heute Bericht soll es aber zum Nachmittag wieder schön werden, sodass wir sonnige Weihnachten erwarten! Bis zum nächsten Mal! 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 Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times Wundervoll, Christian, hast du toll gekocht! Sowieso, hab mein Bestes gegeben! Kiddling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I Wanna hang out with my friends and family Making angels in the sand you and me Doesn't matter if it's Christmas in my heart And I can promise, Santa's coming to visit Und nein, das ist noch nicht unser Christmas-Dinner Das machen wir später noch, da gibt's noch was ganz Besonderes Das ist jetzt nur die Vorspeise Die Tapas, die spanischen Und ja, der Krümel hat schon ein bisschen was von der Tachilla gegessen Und liegt gerade im Bett Und wir machen es uns jetzt hier mit den spanischen Tapas gemütlich So, jetzt schläft der Krümel noch und wir, wir machen uns jetzt erstmal eine Runde an den Pool Und springen noch ins Wasser, weil das können wir eigentlich nie an Weihnachten Deswegen muss das direkt ausgenutzt werden Und müssen auch noch ein paar Weihnachtsfotos machen für die Familie zuhause Oh, das ist kalt 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 Kommst jetzt schon wieder raus Ja Ich filme noch Oh, das ist kalt 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 Here we go Und frisch? Júp, mis-er Bauchplatz schon Fotosession Nummer 2 ist im vollen Gange, jetzt machen wir noch Fotos hier für die Familie Jetzt noch ein kleiner Strandschwaziergang, bevor wir dann gleich noch mit den Großeltern zu Hause telefonieren Mit denen haben wir nämlich verabredet um 5 Uhr und ich freue mich schon voll auf unser leckeres Abendessen Juppie! Weihnachten im Strand ist einfach das Beste Bis zum nächsten Mal! Wir machen uns ein letztes Mal auf den Weg heute und zwar wollen wir noch zum Weihnachtsbaum heute laufen Denn den gibt es hier auch in Playa de la Arena und wie es wäre Weihnachten ohne Weihnachtsbaum, oder Christian? Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!